Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varya von Varya Lost Paper. Ich wollte euch mal von der Tunk Journal Convention erzählen. So ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was habe ich so gemacht? Was habe ich so erlebt? Und ich werde garantiert nicht schaffen, alle Leute aufzuzählen, die ich so kennengelernt habe. Aber ich denke, es werden garantiert weitere Videos auf dem Markt sein, auf dem YouTube-Markt, wo dann einfach die anderen Mädels von ihren Erlebnissen auf der Convention erzählen werden. Und die werde ich mir alle angucken. Ja, das erste von Angelina habe ich mir schon angeguckt. Der Knaller, sage ich euch. Echt. Also solltet ihr euch auch mal angucken oder mehr anhören, weil sie ganz viel davon erzählt, was sie erlebt hat. So bildhaft werde ich das nicht hinbekommen. Aber nun. Trinken wir einen Tee drauf. Prost. Das ist nämlich ziemlich urseliges Wetter hier. Und grau, trübe, nass. Da kann Tee auf jeden Fall die Stimmung aufhellen. Ja, letzte Woche auf der Convention war die Stimmung super. Ich hätte nicht gedacht, dass sich einfach, naja, es sind mal knapp 40 Mädels, also, Entschuldigung, Roland, knapp 40 Mädels so gut verstehen und so viel Spaß miteinander haben können, die sich noch nicht kennen oder nur in Teilen kennen. Ja, und was mich angeht, ich habe auch meine Bastel-Mädels, die ich mitgebracht habe, mit Dani und Ingrid, das erste Mal wirklich live kennengelernt. Und wir hatten so viel Spaß miteinander, wie ich es mir vorher auch vorgestellt habe. Das war wirklich klasse. Und ich kann euch das nur empfehlen, einfach mal Menschen, ja, zu treffen, die ihr vorher mal online kanntet. Das ist super interessant. Also wir hatten wirklich so viel Spaß oder so ein Verhältnis, als hätten wir uns schon immer irgendwie gekannt, als hätten wir uns letzte Woche das letzte Mal getroffen. Und das hat echt riesig Spaß gemacht. Wir sind schon am Freitag angereist, Gott sei Dank, weil wir nämlich am Freitagabend dann schön zusammengesessen haben und im Kaminzimmer dort in dieser schönen Jugendherberge uns die ganzen Journals der anderen Mädels angucken konnten. Das heißt, Information Overflow am ersten Abend war schon vollständig. Hätten wir das am zweiten Abend oder im Laufe des Tages gehabt, dann wäre es natürlich echt viel gewesen. Und ich glaube, ich hätte dann auch mal gestreikt. Und eine der Teilnehmerin sagte dann abends auch, ich kann mir gar keinen Journal mehr angucken. Ich kriege gar keinen Input mehr in die Birne. Ja, das stimmt. Und so ähnlich ging es uns auch. Wir haben ganz, ganz viele tolle Werke gesehen. Ich hatte George mit. Also George war ja der Plan, ihn mitzunehmen und dort auch Ideen einfach reinzubasteln. George stand da etwas dekorativ durch die Gegend und hatte keinen Job, sag ich mal. Weil ich habe geguckt und gemacht und getan. Ich habe auch so ein bisschen selbst gewuselt, werde ich euch zeigen. Nur George ist da nicht drin vorgekommen. Der war einfach mit dabei. Der hat sich das Ganze genauso angeguckt. Wurde auch bestaunt und bewundert. Einfach durch diese schöne Struktur hier. Aber so einen richtigen Job hatte der nicht, so wie ich mir das vorgestellt habe. Aber Leute, das kommt ja immer anders, als man denkt. Und so war es dann auch. Also ich denke, ich werde euch jetzt nicht die ganze Convention erzählen, weil das wird ein bisschen ausufernd. Dann wird mein Video genauso lang wie das von Angelina Schogriner. Und ich bin halt nicht so rätselig heute. Nur ein bisschen. So, ganz, ganz bisschen. Ja, auf jeden Fall haben wir uns das neue Papierset angeschaut, was sehr schön ist. Wir haben, also das war auch wirklich eine kurze Vorstellung. Das war so, wenn man das jetzt im YouTube-Video sieht, dann ist das immer relativ lang und ausführlich. Das war so, weil man mittendrin dabei und dabei war. Das war so, so, so bam, so kurz und da. Und dann ging es dann auch schon los, die Leute kennenzulernen. Ja, der kleine Shop nebenan, der war auch gut besucht. Ich habe das selbst auch zugeschlagen. Das habe ich jetzt allerdings schon alles irgendwie verräumt und werde es dann Stück für Stück benutzen. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Und dann konnte jeder einfach vor sich hin basteln, sich mit den anderen unterhalten. Aber eine Lautstärke im Raum, ihr ahnt das nicht. Ich habe eine ganz kurze Sequenz aufgenommen. Vielleicht kann ich sie hier mal mit einstellen. Es ist einfach nur Stimmgewirr. Also man hört keinen Einzelnen in dem Sinne. Das war ein Summen im Raum wie so ein Bienenstock. Und alle waren fröhlich am Basteln, am Rumlaufen, am Gucken, am sich gegenseitig Tipps geben. Es gab super viel Wertschätzung für die ganzen tollen Journals, die wir da gesehen haben. Ja, es waren Anfänger dabei, es waren Profis dabei. Wir durften uns das richtig coole, ich darf jetzt nicht viel spoilern, das richtig coole Journal von Julia, von Julia tief angucken, beziehungsweise die ersten zwei Lagen davon. Der Knaller, Leute, echt der Knaller. Ihr werdet es dann demnächst sehen. Und ja, jeder hat so vor sich hin ein bisschen was gemacht und war aber die ganze Zeit eigentlich dabei, mit den anderen zu kommunizieren und zu gucken und sich Ideen zu holen und super wertschätzend und positiv. Also es hat richtig Spaß gemacht. Ja, Jugendherberge drum und dran war auch toll. Also wir sind gut versorgt worden, wir hatten vernünftige, tolle Zimmer und ja, wir konnten auch unseren Kram soweit unterbringen und dann auch mit unseren Bastelsachen da ein Plätzchen finden und loslegen. Es war natürlich ein bisschen beengt, klar, wenn man 40 Basteln in den Raum sperrt, beziehungsweise es waren, glaube ich, 38, wenn mich nicht alles täuscht, weil zwei dann leider spontan gefehlt haben, dann kann man sich ja vorstellen, in einem großen Raum, wie man sich dann einfach Tisch teilen muss. Also ich denke, ihr werdet weiter weitere Videos sehen, wo dann auch mal kleine Filme drin sind. Ich habe selbst kaum Filme gemacht und Videos, weil ich einfach da war und so die Stimmung aufgesogen habe. Und ich wollte euch einmal kurz zeigen, was habe ich gemacht. Also George war Beifahrer. George hat nicht viel dazu beigetragen, außer da rumzustehen und hübsch zu sein, weil George ist ja wirklich ein schmucker Kerl. Den würde ich halt tatsächlich auch im echten Leben mal treffen wollen und der Hut ist auch der Knaller, oder? Naja, aber George kennt ihr ja schon. So, dann habe ich eine Kleinigkeit gemacht und habe hier mein Vintage-Journal angefangen. Da kann ich euch mal kurz einen kleinen Blick reinwerfen lassen. Da ist nämlich noch gar nichts drin. Also das ist erstmal nur Plain Vintage. Ich habe das gebunden und habe es eingeklebt. Das habe ich ganz zu Anfang gemacht, weil ich noch nicht wusste, ob ich jetzt Vintage basteln will oder was anderes. Und ja, dieses Büchlein wartet jetzt auf mich, dass ich weitermache und Lust auf Vintage habe. Und das ist ein kleines A6. Ihr seht es. Das wird fein. Aber wie gesagt, es wird es. Das hat noch nicht viel Inhalt. So, dann habe ich an meinem blauen Journal weitergearbeitet. Aber auch hier bin ich erstmal so weit gekommen, die Signaturen zusammenzustellen. Ich habe hier und da schon Kleinigkeiten eingeklebt. Ihr werdet auch da. Da wird es nochmal ein Flipthrough geben, wenn ich da bin. Ich habe in der Bastelstation hier in der Matschkammer, wie hat Angelina das genannt? Da durften wir Stempel, Stanzen und Co. ausprobieren. Und da habe ich hier und da mal geguckt, was ich hier so an Stempeln und Stanzen habe. Das habe ich von Ingrid bekommen. Ich gucke gerade mal, was ich euch noch schön zeigen kann. Da hat er eine Schnipselkiste dabei. Also Schnipsel ist ein bisschen übertrieben oder weit, weit untertrieben, besser gesagt. Das waren hier ein Schnipsel, das waren Seiten. Unter anderem habe ich diese Seite dort abgegriffen. Ich finde, dass sie hier so schön reinpasst und auch ausgemalt werden darf. Und wo sind denn hier meine Stempel hin? Wo sind die Stempel hin? Wo sind die Stempel hin? Wir haben noch bestimmt hier irgendwo da solche tollen, schönen Stempel. Die konnte man da auch ausprobieren. Dann habe ich mit einer Wasser-Schnipselkiste in Papier gefischt, habe das schön gesprenkelt und geföhnt und habe hier eine Pocket draus gemacht. Mit diesem schönen Stempel. Aber ich denke mal, da werde ich euch jetzt nicht großartig mit behelligen, weil ich dazu auch ein Flipthrough mache, sobald dieses Buch fertig ist. Mein blaues Buch. Ja, das wird das erste Junk Journal, was wirklich für mich ist. Und nein, ich werde es nicht verkaufen. Auf gar keinen Fall. Es ist meins. Wir kommen gleich noch zu weiteren blauen Büchern. So, von diesem Buch zeige ich euch erstmal nur das Cover, weil es dazu in Kürze auch ein Flipthrough geben wird. Das ist das, womit ich mich hauptberuflich auf der Convention beschäftigt habe, wenn ich mich nicht mit anderen Menschen beschäftigt habe. Und ich habe immer das Cover, sagen wir mal, roh mitgebracht. Da waren schon die Briefmarken drauf und sonst noch nichts. Ich habe auch schon Papier für die Signaturen mitgebracht, aber die waren genauso roh wie dieses Büchlein. Und daraus ist jetzt ein Travel Journal entstanden, was ich ja noch ein bisschen fein gemacht habe, mit Klecksen und Ecken. Und es gefällt mir super gut. Es hat auch schon Anklang gefunden in der Convention-Runde. Ja, und das hier, das werdet ihr in ein paar Tagen als Flipthrough sehen. Ich habe noch ein bisschen was, was ich drinnen noch verfeinern und verschönern will. Und das ist so richtig schön grungy, travel. Das war das, was ich dort gewerkelt habe. So, mein absolutes Highlight, mal abgesehen von den Menschen, die ich getroffen habe und mal abgesehen von den ganzen Connections und dieser Stimmung, war, dass mir die liebe Ingrid, meine Junk-Journal-Freundin und Mitfahrerin, dieses Buch geschenkt hat. Das war ihrs und ich habe es in die Hand genommen und gesagt, boah, das Cover, das ist absolut meins. Es ist so, ich liebe es. Ja, und zum Ende unserer Reise hat sie mir dieses Buch in die Hand gedrückt. Also, ich weiß nicht, ob ihr rüberkommt, wie cool das ist. Es ist einfach, es fühlt sich an, es ist der Knaller. Also, es ist so, ich möchte es den ganzen Tag so streicheln, anfassen, in der Hand haben. Das wird mein zweites blaues Buch. Ja, und das wird auch meins. Das werde ich auch im Leben nicht aus der Hand geben. Und ursprünglich geplant war das von ihr als Mermaid Journal. Und das wird ein bisschen andere Bedeutung bekommen. Aber ich werde sehr, sehr viel von dem, was sie zusammengestellt hat, werde ich weiter benutzen. Und das wird ein blaues Buch. Und ich glaube, das wird mein magisches Buch, weil das passt einfach. Das passt wie Faust aufs Auge, dieses magische Buch. So, dann bin ich am Überlegen, als ich noch ein dezentes Cover drauf packe, also auf das Cover noch ein schönes Bild oder so. Aber das muss mir erst mal in die Hand fallen. Deswegen werde ich mich erst mal mit dem Inhalt beschäftigen. und irgendwann wird mir das Richtige für dieses Cover hier noch ein Schmuck in die Hand fallen, was hier drauf möchte. Da bin ich mir auch sicher. So, das hier ist mein absolutes Highlight von dem Convention-Wochenende. So, und jetzt hat Ingrid dann noch einen draufgelegt und hat mir auch noch, da muss ich jetzt mal hier runterfischen, kam ich gestern nach Hause und habe einen leider durchnesten, aber glücklicherweise nur von außen durch den ersten Umschlag gefunden, mit noch mehr Schätzen, die genau in dieses blaue Buch oder vielleicht auch in beide blaue Bücher reinwandern wollen. Ich habe es noch nicht weiter ausgepackt. Ich werde es jetzt gleich ganz genüsslich tun, aber ohne Kamera, weil ich diese kleinen, süßen, tollen Schätze und auch diese Jellyplate-Sachen, die sie mir gemacht hat, werde ich gleich mal ganz in Ruhe auspacken und noch mal alles so ganz genüsslich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen. So, das war mein Junk-Journal-Convention-Wochenende. Das war der absolute Knaller. Der, also war richtig, war ein Riesenspaß. Und ja, ich werde es wieder tun oder würde es gerne wieder tun. Es kommt ja immer darauf an, ob man Karten bekommt, weil das war ja auch ziemlich schnell vergriffen, muss ich sagen. Da hatten Ingrid, Dani und ich ja wirklich Glück und haben nachts noch, wir haben einen Bastelabend gehabt zusammen, im Virtuellen, und haben dann nachts die Karten noch gekauft. Wir waren eh dabei und haben gesagt, oh, wir gucken ab und zu mal, ob die Karten schon online sind. Und die waren nicht online, die waren nicht online. Und ganz kurz, bevor ich ins Bett gegangen bin, ganz kurz vorher, zack, waren die auf der Funke-Kram-Website online. Dann habe ich die beiden noch schnell angerufen, gesagt, so, ich kaufe jetzt Karten. Und so kamen wir zu der Convention. Und deswegen hoffen wir, dass wir auch beim nächsten Mal Glück haben und mit dabei sein können. Das hat echt Spaß gemacht. Ich kann es auch jedem empfehlen. Wobei, wenn ich es jetzt jedem empfehle, dann ist die Wahrscheinlichkeit, Karten zu bekommen, noch kleiner. Naja, wie dem auch sei, es hat riesig Spaß gemacht und empfehlen kann ich es trotzdem. Auch wenn ich gerne dabei sein möchte und gerne mit der Karten haben möchte. So, ein kleiner Wermutstropfen für mich war, dass ich wusste, dass ich eine Woche nach der Convention ein geliebtes Pferd gehen lassen muss. Das hat für mich so ein bisschen, ja, nicht nur ein bisschen, das hat mir für mich die Stimmung getrübt innerlich. Dennoch war es super, dass ich da war und dass ich diese tolle Stimmung einfach auch in mich aufsaugen konnte. Das hat mir auch geholfen, einfach so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das, was auf mich zukam, einfach mal für ein paar Stunden wegzupacken und einfach wirklich so im Bastelglück mit den ganzen anderen Teilnehmern zu sein. Und ja, auch das wird mich jetzt weiter voranbringen und wird mich noch viele, viele Tage und Stunden, werde ich mich daran erinnern und sagen, hey, wie cool war das denn. Das wollen wir auch machen, das werden wir wieder tun. Ja, mein kleiner Beweis dafür ist, alles das, was hier reingeflossen ist, ist einfach geflossen. Und das Nicht-Nachdenken ist das, was beim Basteln das Schönste ist. Dass einfach die Kreativität fließt und wenn man sieht, wie das anderen auch so geht, es macht einfach nur Spaß. Ich kann es nicht anders sagen. So, ansonsten, schaut euch die anderen Videos der anderen Mädels an. Ich gucke mal, ob ich hier noch andere direkt finde und direkt verlinken kann. Gucken, ob mir das gelingt, weil manchmal ist mein YouTube ein bisschen zickig. So. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und sage nochmal herzlichen Dank an alle, die ich da kennenlernen durfte. Es war mir eine große Freude und ich hoffe, dass wir weiter in Kontakt bleiben. Die WhatsApp-Gruppe, die sprudelt ja immer noch jeden Tag über von Ideen und Grüßen und lieben Worten. Und ja, wir haben ganz viel Vernetzung gefunden. Ich hoffe, das bleibt so und wir sehen uns alle wieder. So. Und nun, freut euch mal auf dieses Flip-Through und ich sage mal, bis demnächst in diesem Kino. Bis zum nächsten Mal. Okay! Okay! leyer